Hallo und herzlich willkommen bei Investing Grow. Mein Name ist Christopher. Im heutigen Video zeige ich dir, wie du dich mit deinen Listings, beziehungsweise mit deinen Produkten, erheblich von der Konkurrenz abhebst. Und zwar habe ich vor kurzem mit jemandem aus der Community gesprochen, beziehungsweise geschrieben, derjenige hatte extreme Probleme. Ja, er hatte Probleme, denn ich habe ihm gezeigt, wie er seine Probleme lösen kann. Und zwar, seine Probleme waren, dass er keine richtigen Nischen gefunden hat. Er beschäftigt zwar einen Designer, aber irgendwie in den falschen Nischen anscheinend. Und die Sprüche. Er hat einfach keine guten Sprüche gefunden und hat eigentlich die meiste Zeit nur die Sprüche abgewandelt etc. So, ich habe ihm meine Methode gezeigt, die ich jetzt seit einiger Zeit schon anwende. Und jetzt vor kurzem hat er mir geschrieben und ist überglücklich. Er konnte schon einige Sales dadurch generieren und auch richtig gute Nischen finden dadurch. Er ist auf jeden Fall glücklich und aus diesem Grund möchte ich dir das heute auch gern hier zeigen und dir diese Methode ganz einfach kurz erklären, dass du das ganz einfach nachmachen kannst. Ja, es hat mir einfach bewiesen, dass es bei anderen auch klappt. Nicht nur bei mir. Ja, meine Sales steigen auch. Und es läuft richtig gut. So, also ich möchte dich daran teilhaben lassen. Deswegen hier dieses Video an dieser Stelle. Also die größte Herausforderung ist es ja für uns im Print on Demand eine lukrative Nische zu finden, gute Sprüche und eventuell Trademarks. So, das sind so die größten drei Themen. Wir springen rein in das erste Thema und zwar den ersten Schritt, eine lukrative Unternische zu finden. Und zwar, wir gehen auf Merch Informer, was du jetzt hier siehst. Und zwar ist das ein Tool, recht günstig. Ich nutze es auch schon relativ lang, eigentlich schon ewig. Und ich kann es immer wieder empfehlen. Gerade für den amerikanischen Markt ist es echt richtig top. Und ja, Preis, Leistung finde ich auch gut, denn du bezahlst gerade mal 10 Dollar und der Newbie-Plan reicht völlig aus. Und wenn du noch etwas sparen möchtest und mich gleichzeitig unterstützen möchtest, gebe ich dir noch einen Code und zwar invest and grow. Den gibst du ganz einfach hier mit ein. Wenn du unten dem Link folgst und dich darüber auf Merch Informer anmeldest, sparst du 20% und bezahlst du mit nur noch 8 Dollar im Monat. So, jetzt zurück zum Merch Informer. Und zwar gehst du auf der linken Seite auf Keyword Research und dann auf Keyword Finder. Und hier das Geniale ist, dass du hier eine große Hauptnische eingibst, wie zum Beispiel Camping. Ja, Camping kennen wir alle. Das ist eine riesige Hauptnische. Und unten drunter gibt es zum Beispiel Unternischen wie Camping Dad, Camping Mom, Football Camp. Gut, das fällt vielleicht raus, aber du weißt, was ich meine. Und ja, wir geben das Ganze auch mal ein. Da kann ich es dir, glaube ich, am besten zeigen. Und wir lassen das Ganze mal durchlaufen. So, jetzt spuckt der hier schon 354 Ergebnisse aus, wie du siehst. Auf der linken Seite kommen die Keywords und die Phrasen. Dann kommt als zweites hier das Amazon Suchvolumen. Dann kommt das Google Suchvolumen. Und ganz hinten, das ist sehr interessant für uns, ist der Wettbewerb. Und zwar, wir suchen unbedingt nach Low Competition Keywords, beziehungsweise Low Competition Phrases. Und ja, jetzt nicht einfach blind hier durchgehen. Der CPC, der interessiert uns nicht. Der ist eigentlich nur für die Werbung relevant. Und wir schauen uns das mal an, ganz konkret. Wir schauen jetzt mal nach einer Unternische in Camping. Und zwar, ja, wir schauen uns gleichzeitig das an. Und wie gesagt, hier hinten das Low wollen wir unbedingt. Wir wollen wenig Konkurrenz in dieser Unternische. Und du siehst, okay, Camp Camp macht eigentlich wenig Sinn. Das ist da jetzt keine Unternische, oder Christopher? Also, was zeigst du uns hier? Das ist richtig. Das ist einfach nur ein Keyword, was so aufgeploppt ist. Hat wenig Competition. Und hier wird wahrscheinlich auch nicht viel verkauft. So, aber trotzdem werden hier ein paar schöne Keywords auftauchen gleich. Das zeige ich dir. Das wird hoffentlich bald kommen. Und dann sehen wir auch schon die ersten Unternischen. So, Motorcycle Camp. Okay, das ist auch eine Unternische, aber die ist wie gesagt high. Dann Moonlight Camping. Könnte zum Beispiel interessant sein. Moose Camp. Okay, das ist dann Elch Camp. Könnte ein Name sein von irgendeinem Camp, vielleicht in Amerika. Genau, Moose Camping. Dann Mathe Camp. Okay, das könnte eine schöne Unternische sein, oder? Das merke ich mir jetzt erstmal. Also Mathe Camp könnte eine lukrative Unternische sein. Und wie ich jetzt weiter vorgehen würde. Ich würde jetzt auf den MS Marktplatz gehen, mir die Ergebnisse zu Mathe Camp anschauen. Also auf dem amerikanischen Marktplatz. Und schauen, wie da so der Wettbewerb ist. Also auch wirklich reell. Ich vertraue nicht nur hier dieser Metrik, sondern ich schaue mir das immer auf den Marktplatz direkt an. Um auch wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie so die Spannung da ist. Also Angebot und Nachfrage. Und ob es hier auch wirklich gute BSRs mit drunter gibt. Trotzdem, wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel Mathe Camp. Und jetzt die nächste Herausforderung ist ja an sich, gute Sprüche zu finden. Das bedeutet auch, nicht einfach nur Sprüche vom Marktplatz irgendwie zu kopieren und irgendwie einen Twist reinzubringen und besser zu machen. Und irgendwie das Wissen von anderen auszunutzen. Sondern wir wollen grundlegend neue Sprüche. Und wirklich gute Sprüche und so gesehen einen Mehrwert in den Markt reinbringen. Deswegen kann ich dir sehr empfehlen, ChatGPT zu benutzen. Und zwar ist das ein KI-Chat-Programm, mit dem du ganz einfach arbeiten kannst. Das Ganze ist kostenlos. Solange ich jetzt hier noch dieses Video aufnehme, ich weiß nicht, wie lange sowas noch kostenlos bleibt. Es sprudeln schon so viele Tools im Internet aus dem Boden, was alles mit KI arbeitet. Ich würde mich erstmal hier drauf stürzen und hier so ein bisschen rumtesten, falls du noch nicht so viel Erfahrung hast. Und wir starten jetzt ganz einfach mal. Und zwar ist es ein Programm, mit dem du schreiben kannst. Und dieses Programm möchte gern einen Prompt, also eine Aufforderung von dir und wird es dann auch lösen. Also du kannst dir auch Matheaufgaben reinstellen und er gibt dir die Lösung dazu etc. Also du kannst dir alles Mögliche damit machen. So, wir machen hier oben einen neuen Chat auf. Und zwar schreibe ich hier ganz gern WriteMe 20 Copyright-Free T-Shirt-Slogans. Da habe ich natürlich einen kleinen Fehler. About Mathcams. So, das geben wir jetzt ein. Und dann spuckt er uns 20 Sprüche aus. Vorsicht! Es ist nicht unbedingt Copyright-Free. Es steht in den AGBs von JetGPT, dass die Ergebnisse nicht zu 100% akkurat sind. Das bedeutet, bitte kopiere nicht einfach blind jetzt diese Sprüche hier raus und freu dich deines Lebens und lad die irgendwie hoch. Sondern überprüfe immer. Und ganz, ganz wichtig, ja, du kannst es hier mal ein bisschen durchgehen. Mach dir dazu einen Kopf. Vielleicht hast du noch kreative Ideen, die du einfach hinzufügen kannst, wie du einen Spruch hier vielleicht noch weiter abändern kannst. Aber auf jeden Fall finde ich hier die Ideen schon sehr, sehr gut. Du kannst das Ganze noch wesentlich komplexer machen. Also im Internet gibt es auch schon viele Promptbilder, wo du ganz einfach schon ein bisschen dir was abschauen kannst, wie das andere machen. Das, wie gesagt, soll hier einfach nur ein Einstieg für dich sein, dass du einfach eine Idee bekommst, was kann ich damit machen. Und ich finde das eine schöne Möglichkeit. Du kannst diese 20 auch durch eine 40 oder durch eine 100 ersetzen und lass dir einfach 100 Sprüche generieren. Und schau dir einfach die 10 besten raus für deine Unternische, die du gefunden hast und erstell dazu Designs. So, ganz einfache Möglichkeit. Jetzt kommen wir aber zu einem sehr, sehr wichtigen Fallstrick. Denn ich habe ja gerade das Copyright-Thema angesprochen, also Thema Trademarks und Copyright. Und zwar, ich überprüfe ganz schnell diese Sprüche. Das empfehle ich dir auch. Das ist auch kostenlos, das Tool. Du kannst es einfach herunterladen. Den Link werde ich unten auch nochmal mit eingeben. Und zwar, ja, Free Download. Und du kannst das Tool kostenlos verwenden. Hier oben unter Tools, Trademark-Checker. Und hier füge ich jetzt diese Sprüche alle ein. Hier darauf achten, den richtigen Zielmarkt einzugeben, also US. Und dann klicke ich hier oben auf Check Trademarks. Nachdem du jetzt diesen Trademark-Check durchlaufen lassen hast, siehst du oben links auf der Seite gelbe Markierung. Jetzt lass dich davon nicht unbedingt irritieren. Das ist nicht ganz so kritisch, wie es als erstes aussieht. Denn, ja, es ist unglaublich viel eingetragen. Davon aber genauso viele, ja, einfach nur Alltagswörter, die du trotzdem noch verwenden darfst. Die darfst du trotzdem noch im Listing verwenden und auch für deinen Spruch. Aber Vorsicht, zum Beispiel, wenn jetzt, ja, in diesem Beispiel Count in der 25 geschützt wäre, dann dürftest du Count so nicht auf das T-Shirt drucken. Allein so als Spruch. Also, ja, als Wort. So, das versteht sich von selbst. Dazu habe ich mal ein extra Video gemacht. Das verlinke ich dir nochmal oben, wie du damit genau umgehst. Auch mit diesem Tool und wie du überhaupt auf Trademarks achtest. Wie gesagt, schau dir dazu nochmal das andere Video an. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Das ist auf jeden Fall die schnellste und für mich effektivste Methode, danach zu suchen, um mich am besten zu schützen. Wie gesagt, das ist alles kostenlos soweit. Bis auf Merchant Informer für die 8 Dollar im Monat sage ich aber, hey, also für diesen Ablauf, was ich hier für einen Mehrwert rauskriege, ist das eigentlich super. Nachdem du diese drei Schritte befolgt hast, bist du im Besitz von oder im Wissen von einer lukrativen Unternische. Du hast mindestens 10 individuelle Sprüche, die nicht einfach irgendwie vom Marktplatz kopiert sind. Und du hast diese 10 Sprüche auf Trademark gecheckt und dich rückversichert, dass du diese Sprüche auch wirklich verwenden darfst. So, das ist doch überragend, oder? Und für diejenigen, die nach einer Zusammenfassung über das Print-on-Demand suchen, sprich, was sind eigentlich noch lukrative Plattformen, wo ich noch hochladen kann, empfehle ich dir dieses Video. Und ansonsten schreib mir auch gerne deine Fragen, wie immer, unten in den Kommentaren. Ich beantworte alles. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis dahin. Danke. Tschüss.